Südtirol hilft ist eine besondere Unterstützung für viele Hilfsorganisationen im ganzen Land und für die Notfälle, die durch sie betreut werden. Aber Südtirol hilft ist über die finanzielle Hilfe hinaus vor allem auch eine Idee. Vor 14 Jahren geboren und hat sich entwickelt zu einer großen und breiten Hilfsinitiative. Das ganze Jahr hindurch erreichen uns Aktionen aus dem ganzen Land und bündeln sich jetzt in der Vorweihnachtszeit. Denn Hilfe braucht es auch bei uns im eigenen Land. Und alles kann sich ändern von heute auf morgen durch einen Schicksalsschlag, Unfall, Krankheit. Das kann uns in eine Situation bringen, wo wir alleine nicht mehr herauskommen. Und da möchte Südtirol hilft, mithelfen und unterstützen. Eine besondere Herausforderung ist natürlich das heurige Jahr mit Corona. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gemerkt. Und das wird sich auch in den nächsten Wochen wohl noch verstärken. Und damit wir da helfen können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Damit wir helfen können, vor allem auch in den drei Bereichen von unseren Gründungsmitgliedern. Der Landwirtschaft, dem BNF, Krebshilfe und Caritas. Aber auch darüber hinaus erreichen uns unzählige Hilferufe. Und da konnten wir auch im vergangenen Jahr schon helfen, wie etwa bei der Finzenz-Gemeinschaft, der Stiftung St. Elisabeth, Licht für Senioren, Haus der Solidarität, Genossenschaft zur Begleitung Behinderter, GBB oder die Lebenshilfe. Und dafür bieten wir auch heuer wieder die unterschiedlichsten Aktionen an. Denken wir an die Südtirol hilft Lotterie, an den Südtirol hilft Weihnachtssong oder auch nur an den großen Spendenmarathon, wo Sie ganz einfach Ihre Spendenzusage abgeben können. Und dafür sagen wir Danke und bitten um Ihre Unterstützung.